So, damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und ein großes und kräftiges Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen bei Garden Warfare, Platz gegen Zombies auf der Playstation 4. Ich werde heute mal, ich bleib bei der Erbsenskanone. MG Erbse, neue Fähigkeit, okay. Gut, geht los. Ich glaube es hat schon vorher angefangen, müssen wir wieder verteidigen. Das ist irgendwie, was hab ich denn hier? Machen wir hier so ein Blümchen hin? Können wir uns immer mal heilen? Ja, oh. Da ist, glaube ich, jemand geplatzt. Ne, es war eine Granate. Huh, da kommen sie. Ich jetzt, ah, wo kommst denn du her? Gehök. Ich treffe ihn nicht. Alter. Was ist denn heute los? Guck, da oben. Friss, friss, friss. Zack. Alter, wie viel. Hey. Ah. Ah, ah, ah. Heute, heute hab ich kein Zielwasser. Ah, gefressen. Komm her, komm. So. Na, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Zack. Hab ich ihn erstmal geköpft? Ah, ich setz hier mal mal. Okay. Ne, ich setz hier mal ein kleines MG hin. Warum hüpfe ich denn hier so rum? Hier setz ich mal auch eins hin. Ähm, boom, hier. Komm, jetzt machen wir überall MG hin. Du wieder nicht. Ähm. Ähm, äh, äh, äh. Na, weiter geht's. Ich muss ja meine kleine Pflanze hier mal... Achso, ich wollte ja Leben holen. Ha, ha, ha. Gut, steht noch. Jawohl. Und auf geht's. Da kommt, glaub ich, was Größeres. Wollen wir mal gucken. Oh, heute hab ich echt kein Zielwasser. Geh weg. Alter. Was ist denn das da? Mua. Huch, jetzt hab ich fast den Fall schon erschossen. Da kommen noch welche. Hu. Was seid ihr denn? Ah, geh weg, geh weg, weg. Krasser Scheiß, oder? Ah, ah, ah. Geh fort, geh fort. Weiche von mir. Hu. Headshot. Hu. Halt, Hammer. Geh weg, geh weg, geh weg. Hu. 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 Ich treff ihn einfach nicht. Ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Hu. Oh, der ist aber ganz schön hartnäckig. Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ha, ha. Alter. Ich krieg's ja ordentlich ein, so was Fell. Also so, ganz hab ich dieses Spiel ja sowieso noch nicht verstanden. Aber das wird irgendwann. Jetzt geht's rund. Einfach mal in eine Richtung feuern. Alles unter Beschuss neben mir. Hu. Ey, wo kommt die denn da her? Krass. Das ist ja wie... Hu. Das ist ja wie beim Sommer Schlussverkauf. Hu. Kommt da noch so einer raus. Und da hab ich dich gerettet. Weil ich's einfach nur drauf hab. Oh nein, der Spielautomat. Der Spielautomat. Nein. Da kommt da wieder nichts Gutes bei raus. Ich krieg da auch immer nur große Bosse. Yeti. Hä? Kommt jetzt der Yeti. Und der Disco-Zombie. Ich will unbedingt den Yeti sehen. Den hab ich noch nicht gesehen hier. Ah, das ist der Disco. Wow, hier geht's ganz schön zur Sache. Nein, 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 nein. Da ist der Yeti. Alter, wo ist er hin? Ich hab doch eben den Yeti gesehen, oder? Der lebt ja immer noch. Ich dachte, der wär schon längst tot. Alter, verpiss dich hier von dem Ding. Sorry für meine gewalttätige Wortwahl hier. Aber ich bin jetzt voll dabei. Da hinten muss, glaub ich, der Yeti sein. Den schnapp ich mir. Oh, ne. Hammerhart, hammerhart. Der ist ja richtig stressig, der Typ. Komm du mal her hier. Nein. Das erste Mal K.O. gegangen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hirnfrost. Jawoll. Oh, shit. Müssen wir das Ding hier kaputt machen? Ja, ich brauch auch wieder ne Granate. Ach, fuck. Meine Wortwahl wird nicht besser, ich weiß. Geil. Ey, das Spiel ist einfach ne Bombe. Das Call of Duty in Besser. Einfach nur mal so. Was haben wir denn hier eigentlich? Warte mal, ich mach hier mal. Ich krieg hier einen Haufen neues Zeug dazu. Das ist geil. Aber es macht schon Spaß. Welle 6. Auf geht's. Fuck mir. Ja. Nein. Mann, ich muss nachladen. Das war nicht schlecht. Ich geb mal ein bisschen Gas. Ich brauch meine Lebensenergie. Gib mir was. Gib mir was. Komm, 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 komm. Wir haben ja nicht die ganze Dachzeit. Wir sind hier im Krieg. Boah. Wo kommt denn... Oh. Wo kommen denn die alle her? Wo, wo, da ist ja noch einer. Nein. Gottverdammt. Ja. Ich brauch Lebensenergie. Zack, 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 zack. Ich versuch mal die Verteidigung noch ein bisschen aufzustellen hier. Machen wir ein kleines MG hier vorne hin. Dankeschön. So, nächste Welle. 2, 1. 0. Gut, nächste Welle geht los. Ähm. Von... Wo? Shit. Übelst ist der Sniper hier drinnen. Ich brauch Lebensenergie. Wow. Okay. Komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ich hör sie, aber ich seh sie noch nicht. Ich stell mal hier vorne, noch. Ähm. Ne MG auf. Geh weg. Stell das Ding doch nicht umsonst auf. Da ganz beilten. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas bewirkt? Da hinten rennt er. Mir geht bald... Hä? Ne, du nicht. Eine habe ich hier noch. So, ich brauche mal nochmal Lebensenergie. Ich flitze nochmal ganz schnell runter da. Mö, 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 mö. Mö, mö, mö. Geil. Komm her! Nein, 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 nein. Die Särge sind am schlimmsten hier, finde ich. Mit den Klos, mit den Toiletten. Ah, es sind einfach zu viele. Na komm, stirb doch mal. Aua, ich dachte, du bist tot. Hallo? Achso, ich rappe immer. Ui! Ey, Leute, ohne Mist, das Spiel ist zu geil. So hätten sie Call of Duty machen müssen. Ich glaube, dann hätte ich mir die letzten Teile nach Modern Warfare 2 auch gekauft. So, ah, da hinten kommen mehr. Ich werde mich mal hier positionieren. Hu! So. Da kommt doch der... Da kommen sie. Muss nachladen. Mit dem Nachladen, das kriege ich, glaube ich, nie raus, ey. Jedes Mal... Bom. Ah! Ey! Die sind unfair. So viele gegen einen. Ist der jetzt geplatzt? Hä? Ein Fass? Jetzt mal ohne Scheiß. Ah! Wir werden angegriffen. Ah, sie sind im Lager, sie sind im Lager, sie sind im Lager. Tut was! Unternimmt was! Warum ist denn hier eine Star? Junge. Nächste Welle. Okay, ich muss gucken, wo sie kommen. Das MG, also das mit der Dreieck, hast du was bei mir unten angezeigt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Gerade, wenn die große Masse mal angestimmt kommt. Nein, nicht der Spielautomat. Ich mag den Spielautomat nicht, der bringt mir immer Unglück. Oh, schon mal ein Boss. Noch ein Boss? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Drei Bosse. Oha. 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 Ich konnte hier nichts bewirken. Mist. 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 Ich werde geheilt. Ich werde geheilt. Ich werde geheilt. Ich brauche unbedingt Lebensenergie. Ich weiß, ich lasse die anderen jetzt gerade ein bisschen im Stich, aber... Ohne Lebensenergie bringt mir das nichts. Ah, ich habe das MG. 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 Komm her. Komm her. Komm her, Fettie. Da hinten kommen noch ein paar so eine Konsorten. Leute. 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 Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Warum spielt denn verdammt nochmal keiner dieser Pflanzen, die einen heilen können? Also, die Sonnenblumen. Keiner spielt Sonnenblumen. Knick dich. Knick dich ins Vieh. Oh, ich dachte schon, wo kommt der Flammenwerfer? Oh, das ist schon wieder ein Boss. Ich werde mich mal beeilen. Ich komme nicht rüber hier. Ist der Fetty noch am Leben? Ja, genau. Boah, es hat sich trotzdem gelohnt. Ich heiße, ich brauche Lebensenergie. Boah, die kommen alle runter zur Basis. Nein! Verdammt, die kommen bis hinten durch. Komm, den machen wir weg hier, den Dicken. Bonuswelle abgeschlossen. Sehr schön. Gut, hier werden wir ein bisschen durchgeheilt. Gut, er kommt. Jetzt werden wir abgeholt. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch zur Landezone hinkommen. Da hinten. Oh, shit. Was ist denn da? Timmy? Habe ich jetzt gerade Timmy gehört? Auf geht's. Wow, ich werde beschossen. Ich treffe den nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Das sind einfach zu viele. Headshot. Gut, hier ist die Landezone. Hat vielleicht auch irgendwann irgendwie einer daran gedacht, dass wir was zum Heilen brauchen. Gut, 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 gut. Ah, war was zum Pflanzen? Ich habe doch irgendwas zum Pflanzen hier gesehen. Genau. Ah, zack. Heilpflanzen. Genau, Heilung. Macht euch alle ab hier. Holt euch immer Leben hier vorne, Jungs. Geschafft. Alle Pflanzen, die sind dann gekommen. Sehr schön. Gut, liebe Zuschauer. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, und macht's gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.